Ah! 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 Tür! Tür! Ah! Der Stream ist an. Wir spielen Phasmophobia. Das wird mein allererstes Horrorspiel sein, was ich jemals zocken werde. Oder ja, gezockt habe. Ich glaube jetzt ein bisschen im dunklen Raum, weil ich keine Taschendampe dabei habe. Hätte ich ein bisschen mitnehmen müssen, aber... Und wenn du 10 Grad rausbekommst, ich durchsuche oben, tue unten, okay? Scheiße. Was hab ich hier angetan? Wenn du am Thermometer 10 Grad bekommst, dann sagt mir das... Mit B. Mit B könntest du walkie talkie reden. Mit B. So können wir jetzt auf längere Distanzen... Okay, hörst du mich? Test, Test. Alpha, Omega. Ja, ja, ja. Okay. Ist okay Dodo, du läufst jetzt bisschen alleine hier rum und ich gehe nach oben. Du musst unten alleine 10 Grad senkt an. Mach dein Thermometer an und versuch 10 Grad zu... Wie, wie, wie... Wie mache ich an? Wie mache ich an Thermometer? Äh, rechts, äh, links... Äh, rechtstieg meine ich, rechtstieg. Rechtsstieg. Es... Es ist an. 15 Grad. Was passiert, wenn das... Woran erkenne ich, dass hier ein Geist ist? Äh... Erkennst du noch nicht. Ich sehe zwar nichts, weil ich... Vergessen habe meine schwarze starken Taschen. So, okay Dodo. Du hast ein Buch hingelegt, ja? Ja, ich... Ich gebe dir... Da kann er reinschalten. Ich gebe dir jetzt ganz kurz eine Aufgabe. Okay, gib mir eine Aufgabe. Du bleibst kurz... Du bist alleine hier zum Haus. Ich hole kurz neue Sachen. Okay, hol die neue Sachen. Okay. Ich bleib beim Geisterbuch. Die ganze Zeit, gib uns ein Zeichen. Muss ich noch einen Namen sagen. Sag nur, gib uns ein Zeichen. Sag nur, gib uns ein Zeichen. Wenn dein Licht flackert, ja? Dann soll ich rennen. Wenn es anfängt zu flackern, dann nicht deine Taschen. Dann rennt er nach vorne und versteckt dich. Du musst dich in irgendeinem Raum verstecken, nicht ausmachen. Du musst alles ausmachen, was du an hast, okay? Okay. Wie mache ich das nochmal? Mit Tee, oder? Ja. Okay. Ja. Okay. Soll ich schon anfangen? Soll ich anfangen? Sag einfach, gib mir ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns... Gib uns ein Zeichen. Wir können noch reden. Die ganze Aktivität ist gerade auf 4. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Digga, ich beschwöre gleich einen Dämon. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gönn ein Zeichen. Gib uns ein... Gib uns ein Zeichen. Wie ist das? Ja. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Jesus, du kannst mich doch nicht so erschrecken. Sag doch, wenn du durch die Tür kommst. Jesus. Ich dachte, da wäre der Geist vor der Tür. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Hier passiert nichts. Ja, im Buch ist noch nichts geschrieben worden. Hm. Wo ist die... Wo ist die Olle? Ich muss mal ganz kurz... Ich muss mal ganz kurz... Oh. Guck mal, die hat gerade wieder eine Tür. Die ist ein bisschen aktiv. Vielleicht ist das hier der Raum. Hey, sie hat was angemacht. Ist das hier der Raum? Ja, hier ist er doch. Dodo, wie... Oh, kalt. Ganz kalt. Dodo, jetzt kommt... Jetzt kommt... Jetzt kommt der... Der krasse Teil. Jetzt gehst du alleine ins Haus mit dem Fotoapparat. Okay. Komm mal mit. Wir gehen erstmal ins Haus. Dann nehme ich die. Und die Kamera. Wie benutze ich die? Okay. Oh, ich habe ein Foto. Oh, hübscher Foto. Dein Fuß ist in der Wand. Ja. Okay. Was mache ich jetzt? Fünf Fotos. Fünf Fotos? Ja. Jetzt sind noch vier. Du musst die ganze Zeit geben. Gib mir ein Zeichen und dein Name. Warte, warte, warte. Was passiert, wenn ich den Geist fotografiert habe? Renn ich denn um mein Leben? Äh, wenn er nicht findet. Wenn du ihn fotografiert hast, rennst du wirklich so schnell wieder weg. Ah. Ah, ah, ah. Tür, Tür, Tür. Ah. Geist, Geist. Hilfe. Hol mich raus. Hol mich raus. Hol mich raus. Der frisst mich. Hol mich raus. Hol mich raus. Hol mich raus. Hol mich hier raus, Sautis. Lega. Jesus. Hol mich raus. Crucifix. Ja. Oh Gott. Mann, Hilfe. Oh Gott. Alter. 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 Ich stehe. Ja. 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 Ach du heilige Scheiße. Was ist das für ne Grusel? Digger leck mich doch an. Meine Taschenlampe überhaupt an? Meine Taschenlampe geht nicht. Batterien sind leer. Wie mach ich die an? Achso. Dann das Geisterbuch. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Gib uns ein Zeichen. Carol Thompen. Schreib in das Buch. Schreib ins Buch. Carol Thompen. Äh. Schreiben. Schreiben. Warte. Da leuchten jetzt drei Lampen. Oh. Ich hör Steps. Was? Der Hase ist umgefallen. Da war ein Hase. Der Hase ist umgefallen. Ne warte. Wo ist der Hase jetzt hin? Wo ist der Hase jetzt hin? Wo ist der Hase jetzt hin? Der Hase ist weg. Oh oh. Oh oh. Alter. Digga. Boah. Ja. Oh. 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 Wollten meinen Arsch haben? Das ist ein scheiß kleines Kind. Digga. Leckt mich, Karo. Carol Thomsen. Wir sind wieder hier. Wir sind wieder back. Ich nehm' das Ding wieder mit. Wißt du, wo es hingeht? Da geh' ich nicht rein. Da scheiße ich mich ein. Unser Zeichen. Der Raum ist im Keller. Okay, ich komm' kurz runter. Ich mal gucken. Ist okay. Geisteraktivität war gerade auf 10, aber jetzt wieder alles auf 0. Hallo, Dodo. Ich hab'n Kruzzi fix in der Hand. Ich bin safe. Ja. Stell dich mal hier hin. Also stell dich mal in den Flur hier. Ja. Ich mach' kurz die Tür zu, ja. Der reagiert natürlich nicht mehr zu zweit. Okay, der macht die Sachen. Gib uns ein Zeichen. Pass auf, der kann dir die Tür zu machen. Er redet. So, Geisterbox ist schon mal der erste Beweis. Okay. Er sagt Hallo. Grüß Gott. Ich geh' kurz raus. Kannst mitkommen? Ja. Ich guck' nach Geister Orb an. Dodo, du kannst mit Shift sprinten. Ist das bisschen schneller. Mit Shift? Oh, ey. Dodo. 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 Er wollte dich gerade einsperren und dich töten. Du bist zum Glück noch schnell genug rausgegangen. Er wollte dich gerade einsperren und dich töten. Du willst mich gar verarschen. Du willst mich gar verarschen. Du hattest so Glück, Dodo. Er hätte dich getötet. Das weißt du, ne? Er wollte uns voneinander trennen und wollte die Tür zu machen genau als ich rausgegangen bin. Aber du bist noch zum Glück rausgekommen. Gott, Digga. Mein ganzer Körper zittert grad. Ich krieg' hier einen Herzanfall. Ich krieg' hier einmal einen Herzanfall. Ich kann auch keine Horrorspiele spielen. Ich krieg' hier einen Herzanfall. Ich bin echt kein Typ, der Horror abkommt. Das kann ich gar nicht. Digga, ich kann keinen Horror. Ich scheiß mir so ein. Puh. Tch.